Schönes Flugzeug. Willst du mich verarschen? Ist doch der reinste Billig allein hier. Und das Beste ist ja, das Flugzeug hat keine Toilette. Was? Keine Toilette! Ja. Und? Ich klub, ich spinne. Ich scheiß klein in der Ecke. Oh nein, tu das nicht. Doch, ich muss los. Es kommt schon aus der Luftrohre raus. Bring mir was mit. Meine Damen und Herren, willkommen bei Islamabad Air. Bevor wir starten, einige wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte kacken Sie während des Starts nicht in die Ecken. Dankeschön. So, jetzt bin ich gleich 20 Kilo leichter. Hast du dir wenigstens ein Arschabgewicht? Hä? Wieso? Ich hab doch eine Hose an. Bist du dir da ganz sicher? Hä? 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 Au! So, endlich ist er weg. Pff, vor allem. Na, so siehst du aus. Na, weißt du wie? Muss ja. Erzähl ja kein Kukulorus und mach keine Mix Emotion durch die Grammatik, mein Sternchen. Hm. Na, Marius, redest du heute auch noch mit mir? Halb drei gibt's schließlich Kaffee. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Das interessiert mich so viel wie die Maßverstandsmeldung von der Aache. Vielen Dank.